meine lieben willkommen zurück wir sind am bahnhof angekommen die beiden sektor sie bitte lasst uns durch was zum faktor was zur hell wir müssen hier durch jetzt noch mal schnell gucken das nihilistische ja jetzt jetzt ist glaube ich tatsächlich soweit gekommen dass mein controller wird den geist auf gibt die runter taste gehen nicht mehr so gut aber wie blöd nur kein übermut also verwende magie attacken aber wie ärgerlich weil sie wie ärgerlich übernimm du es geht los ich mach das ich zähle auf dich zeig ich euch was ich kann Achtung und los jetzt jetzt muss ich mal rausnehmen ich finde es halt so übel das gab es als geschenk irgendwie und so sachen die man geschenkt bekommt finde ich voll kack zack jetzt jetzt so mach mal mach mal feuer ich lege los ich lege los ja 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 ich sag euch mal ich glaub ich geht ihnen ab die er zu los zu 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 ich kann Mein lieber Mann. Iris haut halt rein. Ja, Iris, das will ich aber auch sagen. Mein lieber Mann. Geht ihr los? Geht ihr los? Deil? Er klickt auf die Schnauze. Schnauze. Ich hau euch auf! Schnauze drauf. Nein, Spaß. Mächtig ist er schon. Mit dem Stab. Da ist es richtig. Aber mächtig ist er schon. Das ist Barret. Das ist Perch. Ah, Pferde. Alles okay? Ach, Claude. Es ist Jinra. Sie wollen die Platte abstürzen lassen. Das wissen wir. Ich muss zurück. Barret und die anderen sind noch... Warte. Bleib bei, Wedge. Ich gehe nach oben. Ich gehe auch. Ich kann doch noch kämpfen. Biggs hat mich beschützt. Wedge, überlass das Lieberplan. Ich verarzte ihn. Biggs! Jesse! Barret! Wedge, bitte. Mach was tiefer dir sagt. Ich glaube, jetzt habe ich es repariert. Ein bisschen. Reingeblasen hier. Der Steuerkreuzfleisch ist mir ein Kekskrümel reingefallen. Also, ganz ehrlich. Da bist du ja endlich. Ja, Charlie Sheen. Da bin ich. Charlie Sheen aus. Was aufräumen. Bevor der Alleskönner hier auftaucht. Apokalypse, oder war das sein Vater dort? Weiß gar nicht genau. Das ist doch echt zum Haarenlaufen. Das ist doch echt zum Haarenlaufen. Können die nicht einfach aufgehen? Du sagst, ich habe ordentlich was abbekommen. Verdammt, ich werde hier noch verrückt. Zweite Etage. Du gehörst wohl auch zur Evalanche. Hier ist noch einer. Schiff, das Stärkung. Wenn der erste Hilfe an. Ja, gut, da bräuchten wir jetzt wieder was andere Sachen. Schiff, verrecke. Das sollte reichen. Zwecklos. Und weiter. Ich bin bereit. Genug. Versuchst du. Und jetzt. Keine kommt. Okay. Aber war jetzt relativ. Wir sind ein Level abgestiegen. Jetzt haben wir doch tatsächlich was für unser Panzerschweff. Können Sie ein bisschen upgraden. Machen wir mal. Ja, das fühlt sich nicht so gut. Da ist was. Leider im Arm. Und wir haben sechs Bündchen. Dann finden wir jetzt magische Attacke hier. Da kommt noch mal die magische Attacke. Mein Gott. Alles gut. Wir behalten auch dieses Panzerschwert hier. Das ist in Ordnung. Und der Barrett. Den machen wir jetzt mal. Da graten wir auch ab. Wir werden. Ich vermute bald mit dem Spiel. Genau hier das Subkern unterscheiden. Ohne Witz. Weil. TP Maximum plus 200. Magische Attacke. Physische Abwehr. Hohe TP Magische Attacke. Erhöht die magische Attacke. Erhöht die physische Attacke. Das fahren wir. Erhöht die magische. Das fahren wir auch. Ich werde das schon mal erledigt. Nach oben. Immer nach oben. Wie bei Batman. Wo man den Glockenturm hinauf muss. Oha. Du glaubst wohl, damit kommst du durch. Kein Problem. So. Das sollte reichen. Los geht's. Ich schätze dich nicht. Hab alles im Blick. Geht aufs Haus. Scheiße. Ich bin bereit. Ja. Das war's doch nicht. Ich krieg dich schon klein. Na ja. Brennen. Das war's doch nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. das wäre hier ist auch nicht schlecht regina geht nicht dann kommen wir wird schon irgendwie klappen und weiter hoch immerhin auch diese geister wieder ein bisschen blöd die dementoren ganz ehrlich harry potter ist schon gut gemacht gutes buch gute bücher gute reihe aber lasst mal ein bisschen zeit vergehen dann wird sie rehabilitiert werden sich auf vier pfoten gelandet wenn ihr ein bisschen länger auf der weltzeit dann kriegt ihr das mit wie die politischen sachen immer schwingen in die eine richtung in die andere richtung des pendel sagt man doch so schön was ist mit dir und was ist mit dir ich kämpfe hier weiter so ein paar hundert reiße ich noch mit bist nicht der einzige der was drauf hat eins noch der helmchenhof das weisenhaus in sektor 5 geh doch mal hin und sieh nach nichts da das machst du selbst magst wohl keine kinder genau wo du selbst noch 1 bist viel glück cloud das schicksal der welt lastet auf dir ich komme zurück jaajaja jajaja ja ijaja ja ich war jetzt schon auch natürlich traurig, aber andererseits werden jetzt mit dem Pix nicht so viel zu tun, dass er jetzt stirbt er hätte ein bisschen mehr mit ihm noch erleben müssen bis hier und nicht weiter ja 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 Der Feind ist geschwächt. Auf den Boden! Brenne! Das ist auf. Stirn. Verbrechen! Egal. Der Armadiere ist nicht zu stark in dem Fall. Okay. 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 Das war's für heute. Wir wissen, dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt. Wir Tör... Äh, Quatsch. Wir von Shinra. Oh, macht ihr keine Angst. Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler. Jetzt! Na, wie war ich? Gut genug. Hm? Das ist doch... Ah, natürlich. Wie hier alles drin hocken. Ich meine jetzt mal ernsthaft. So ein Hubschrauber ist brutal laut. Der ist so laut, dass jeder da einen Helm auf hat und Kopfhörer. Super Soldat! Und halt Ohrenschützer. Zeig, was du kannst! Das ist halt hier komplett raus, gell? Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Du Zecke! Ihr Huchlosen, seid chancenlos! Wie in der schlechten Seifenoperas. Vorsicht! Vielen Dank! Das war knapp. Besser? Tut gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben. Unbedingt. Folgt deiner Intuition. Eris! In der Nähe ist eine Bar. Der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Bring sie zur Bar. Okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebte Himmel. Wir kommen. Wetsch, warte! Los! Ihr müsst von hier fliehen! Wir müssen hier durch! Anders kommen wir nicht zum Wallmarkt! Schnauze! Der Durchgang ist derzeit gesperrt! Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Wetsch! Dann müssen wir wohl kämpfen! Ich bin... ...noch echt... ...zu nichts Nütze. Das stimmt doch nicht, Wetsch! Wir können immer noch viele Leute warnen! Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren! Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Oh ja, die wird runterstürzen! Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber... ...so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem... ...irgendwie... ...komisch. Ja... ...ich auch. Deshalb... ...müssen wir gut vorbereitet sein. Damit wir später nichts bereuen. Und uns nichts vorwerfen. Und jetzt... ...müssen wir tun... ...was wir können! Oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später... ...nichts bereuen müssen! Und dann... ...kackt er sich jetzt... ...sämt. Na gut, aber das sind ja so Anfänger, wo sie erklärt. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr! Hey du! Ich will... ...später auch nichts bereuen müssen! Komm schon! Hier lang! Schnell! Hey! Warte! West! Ihr müsst schnell von hier fliehen. Und zwar weit weg. Warte mal. Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt. Noch ist er es. Aber... Jetzt lau aber nicht so rum. Ja. 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 Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los geht's. Los leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht. Los geht's. Und nicht so viel labern. Gehörst du auch zur Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte tiefer, dass ich draußen auf sie warte. Woher kennt die die jetzt? Du musst doch jetzt sagen. Und wer sind sie? Ich bin die Vermieterin. Ah, die Vermieterin. Ja, wir müssen zum siebten Himmel. Wir gehen einfach... Kommt der Vermieterin nach. Ich muss zum siebten Himmel. Ah, okay. Können wir nicht. Alles klar. Ich möchte halt nicht eure Ruhe verpassen. Jetzt ist es nicht sicher. Ja, wo ich... Ich nachher was verruhe. Seht mal. Oh, nein. Das Ding stürzt ab. Oh, no. Der wird ja jetzt nicht auf den siebten Himmel stürzen. Ah, Glück gehabt. Es gibt einen Sonnenbrand, aber ansonsten... Schnell! Hier lang! Aerith! Blumenfrau! Raleine! Raleine! Das Feuer! Ich muss schnell einen anderen Weg finden! Ja, ja. Wohin? Rechts, links, geradeaus. Verdammt! Wo sollen wir denn nur hin? Dort vorne kommt man wohl noch durch. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Da vorne! Das ist sie! Bin weiter! Jetzt beeil dich! Hör auf zu schossen! Eieieieieieieiei! Tut weh, was? Aber... Jetzt müssen wir stark sein. Na los! Nun macht schon! Hier! Los! Hier lang! Schnell! Da vorne! Ich bring dich hin! Hm? 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 Und auf geht's! Gleich haben wir's geschafft! Was ist denn los? Weiß niemand, was passiert ist? Was passiert denn nur verdammt? Ja? Ein Hubschraber sei abgestützt! Wir gehen ganz langsam und vorsichtig. Die Kinder haben sich alle in Sicherheit gebracht. Das sollten wir besser... Keine Sorge! Dir passiert nichts! Also ich würde lieber schnell gehen bis hier. Gar nicht so langsam. Hier raus! Hier! Hier ist es zu gefährlich! Wir müssen zum Walmart! Hier geht es lang, Leute! Kommt schon! Beeil euch! Tippeldi-pappeldi-puh! Können Sie sich um sie kümmern? Ja! Betty! Wo bist du nur gewesen? Papa! Aber Betty ist nicht Marlene! Oder? Nicht! Doch ist es zu gefährlich! Ja, ich muss sie langen! Was passiert denn hier nur? Ihr habt das alles über mich geschafft! Mein Haus! Bist du lebensmüde? Oh oh! Noch einen verloren! Der gute alte Zeng! Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Ich bin nur gerannt. Schluss damit. Hoffentlich geht es ihr gut. Marlene! Halt durch! Ich komme! Ex und Chips! Wie schön! Du bist Marlene! Stimmt's? Wer bist du? Hm. Ich bin eine Freundin von Tifa! Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. zu Hause ist, wo die Familie ist. Nicht? Gehen wir? Das war das. Das war das. Du duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Ich bring dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Und draußen brennt alles ab. Schluss mit dem Versteckspiel. Eris. So. Also. Viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Dir passiert nichts. Okay? Wer ist der Song? Wer ist der Song? Oder der Teng? Der Song? Und wer ist Aerith? Leute, was geht denn hier ab? weg? Jetzt komm schon raus und still dich! Dort vorn. Hä? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aua! Aua! Tifa! Da bin ich! Was soll das? Das frage ich dich. Und jetzt komm schon! Was war das denn? Was war das denn bitte? Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Wo ist Eris? Ich hab sie zum siebten Himmel geschickt, um Marlene zu holen. Und Vetch? Der zeigt ihr den Weg. Gut. Wir können Schindra aufhalten, oder? Ja. Dann nichts wie rauf! Ihr entkommt uns nicht! Keine Chance. Haha! Weg! Übernimm du! Ich lege los! Warum gibst du mich endlich auf? Schwarz. Max! Dann bleib halt, wo du bist! Nein, Ende! Mir ist langweinig! Ja, Leute. Dein Ende. Hast du immer noch nicht genug? Das muss, das muss. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Das wird doch nichts. Na? Zack! Also, mit der richtigen Magie macht man mit denen richtig kurz den Prozess. Das Versteck. Ja. Das Versteckspiel ist vorbei. Komm raus! Versteckst du dich vor mir? Ich gebe nie auf. Dann übernimm. Dann die Arbeit. Schöne. Aufschlag! Jetzt nachsetzen! Na! Zurück! Schon gewonnen! Zack! Gleich kribbeln! Träumt schön weiter! Na los, hau schon ab! Mal ein bisschen gucken, wo wir hier überhaupt hinkommen. Ob da geht es überhaupt rund um mich? Das sieht für mich hier eher aus wie so eine Bonus-Level-Geschichte. Na? Alles geht! Ich zähle auf dich! Ich lege los! Mir ist langweilig! Ja, das mag ja sein, das ist ja auch okay. Hey, 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 hey! Wir müssen ja hoch, darum geht es ja, glaube ich, dass wir hochgehen. Wir sind ja ein bisschen weiter hoch noch. Na, dann bleib halt, wo du bist! Na los, hau schon ab! Kleine Schock-Therapie! Ja, also mit so ein bisschen Feuer machen wir diese Wachen hier easy Platz, Leute. Mal hier noch hinter die Bude. Nichts überstürzen. Ja! Halt mich doch an! Kürz! Und schütz! Ja! Es geht los! Nachschlag! Dammelwetter! Also Thema hier mega erledigt. Wir hatten nicht den Hauch einer Minimal-Chance. Das Versteckspiel ist vorbei, komm raus! Oha! Da hängen erstaunlich viele über die Reling. Oh! Wer ist das? Ja, und jetzt knallt sie ab. Im Normalfall wird doch jetzt nicht gezögert. Die Stuttze, ich schau nach die verdammten Flügel! Oh oh! Dann müssen wir hoch zu ihr. Aber das, Leute, machen wir in der nächsten Folge. Geht noch hier ums Eck rum. Dann wird schon noch ein Gegner kommen und dann... Platz da! Und hält niemand auf! Kleine Schocktherapie! Kein Problem! Los! Zack! Ja! Hallihallo Hallöchen! Oh! Sie haben die oberste Etage unter Kontrolle. Hä? Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische! Tja! Ich mache mich jetzt an die Aktivierung. Roger! Den Rest überlasse ich euch! woher sie gestorben werden sollen. Dein Rest überlegen ist immer mehr, aber ich muss dann auch tun. Ich werde auch fahren. Und dann willst du auch mal zum Schluss machen. Aber hier sind die Stuttze, der Stuttze, der Stuttze, und jetzt wütend bin. aber wir haben wir ganz ordentliches hier erledigt der leute jetzt gehen wir aber ganz nach oben aber das machen wir nächsten folgen ich hoffe euch gefallen schaltet wieder ein und bis zum nächsten mal dann